Musik Vier wunderschöne Deutze Showa Tategoi vom Züchter Hiroy wie sie eigentlich selten nach Deutschland oder Europa kommen Wir haben bereits zweijährige Deutze Showa hier von Hiroy Wachstum 60 bis 70 cm in der Regel und die Deutze Showa zeichnen sich natürlich aus durch die sehr intensiven Farben durch diese scharfen Abgrenzungen das macht diese Varietät so populär und wie auch beliebt Dadurch gibt es natürlich eine unglaubliche Präsenz im Teich aufgrund der sehr leuchtenden Farben Hier haben wir einen Kindai Showa Warum Kindai Showa? Weil das Weiß bzw. das Shiro-Anteil relativ hoch ist Dadurch wirkt er etwas leichter Auch eine sehr schöne Kopfzeichnung Die anderen drei sind etwas schwerer von der Zeichnung aber das ist wirklich abhängig wie es der Einzelne eigentlich bevorzugt Letztendlich sind es alle vier wunderschöne Koi und mit Sicherheit eine Bereicherung für jeden Teich Das ist wirklich abhängig Das ist wirklich abhängig